Jo meine lieben Poingles, willkommen zu einer kleinen Info mal wieder hier auf meinem Kanal. Es ist einfach mal eine kleine Info zu der Trawling Battle. Es ist einfach ein bisschen durcheinander, da wir viel vorproduzieren wegen Schule und so. Und die Challenge sollte ja eigentlich heute kommen. Für euch wird das dann gestern sein. Aber ich habe es einfach nicht hingekriegt, weil wir in unserem Laden Lupina ausverkauft waren und ich nicht kaufen konnte. Die anderen Challenges haben wir zwar gemacht mit meinem geilen Oreo-Keks und dem geilen Milchgetränk von Arschnase. Aber ich werde einfach in den nächsten Tagen, wenn es Lupina wieder gibt, das Video raushauen und werde einfach das komplette Video mit den ganzen Challenges von heute nicht raushauen, sondern einfach nur kleine Ausschnitte. Aber das Lupina-Video wird im Vorgrund stehen. Und ja, die kleinen Info wollte ich raushauen, damit ihr euch nicht denkt, Digga, der sagt, da kommt das Video, das Verstrafungsvideo, wir haben uns schon so gefreut und dann kommt es nicht. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ekelhaft. Bis zum nächsten Mal und ciao.